Ich liebe es. Link zu der Playlist auf meinem anderen Kanal. Da gibt es alle möglichen Projekte. Also nicht nur dieses hier, sondern auch Modsachen oder andere Vanilla-Projekte. Genau. Und hier muss ich jetzt aber fertig werden, so langsam. Deswegen bin ich hier auch wieder unterwegs. Ja, hier unten sind noch ein paar Fehler. Aber im Großen und Ganzen kann man das so lassen. Theoretisch. Ja. Ja, was soll ich dazu sagen? Eigentlich kann man hier auch Steinen machen, so. Ja. Irgendwie hier wächst kein Gras hoch, kann das sein? Das ist komisch an manchen Stellen, was denn hier eigentlich? Wächst hier generell kein Gras? Doch, da ist gerade Glaube entstanden. Hey, das wundert mich aber. Sind etwa immer noch Endermen aktiv, obwohl ich auf Peace früh gestellt habe. Das wäre ja dumm. Wenn die trotzdem noch kämen, das kann ich mir bald auch noch vorstellen. In der Welt ist noch gefühlt alles möglich. Ja. So, hier die Blöcke, genau. Das kann noch weg. So, Alter, da ist ja immer noch so viel. Das kann doch nicht wahr sein, ey, Mann. So eine Scheiße. So, leuchtet man hier nochmal ein bisschen aus, wenigstens. Hier, ey, guck dir das an. Der ganze Kies. Also nicht, dass es jetzt mir darum geht, dass der Kies so wertvoll ist und deswegen nicht umher geschleppt werden soll, aber das ist halt schon blöd insgesamt. Aber wie hier die ganzen Tripstones reinhängen, gell? Hm, interessante Formation. Hier können wir auch nochmal was fixen. Ja. Ja, ich bin auch immer überlegen, nebenbei, wie ich das mache mit meiner Festplatte. Soll ich danach die Extra wieder anschließen? Ah, auf der anderen Seite, ich habe halt auch so viel hier auf der internen gespeichert. Ich kann ja überhaupt nichts mehr, selbst mit OPS bald auf die interne weiterhin aufnehmen. Ja. Das kann ich ja nicht mehr verantworten. Was haben sie hier eigentlich gemacht? Ich glaube, so war das vorher. Das machen wir auch mal weg. Was steht denn hier? Aha. Das ist ja auch interessant. Also, so ein Schild ist auf jeden Fall da. So, das weg. Hä? Überall sind so Schilder versteckt, gell? immer mit geclaimed. Alter, hier auch noch so ein Gang. Ui. War ich hier schon mal? Gefühlt kenne ich das kaum. Aber eigentlich weiß ich auch, dass das existiert. ja, hier, das kenne ich. Diese ganzen Partikel, äh, vielleicht muss ich die auch noch mal verringern. Ah, ich habe ja die weiche Beleuchtung auch gar nicht auf Minimum. Partikel minimal. Vielleicht hilft das ja jetzt noch mal, wenn ich die auf Minimum stelle. Ist da hinten eine Kaktus-Farm? Ja, stimmt. Das ist ja hier alles noch so offen, ne? Dieser fette Farming-Bereich einfach. Alter. Das ist schon beeindruckend. Aber ich glaube, die Fackeln reiße ich mal ab. Weil die wirken dann zu unnatürlich. Da kann höchstens hier noch mal eine drauf. Ja, hier wurden auch wieder ganze Schichten rausgeklaut. Alter. Alter. Untertitelung. BR 2018 Alter, da kannst du ja nicht aufhalten, da oben. Aber ich will jetzt auch nicht für unterirdisch alles so klein, genau verbessern. Ja, dann lieber an ein paar anderen Stellen, wo es noch wichtiger wäre. Ja, hier ist ja dasselbe Prinzip. Das müssen wir alles nicht machen. Ja, das geht wieder nicht. Aber ich muss jetzt mal in Spectator. Das regt mich sonst alles auf. Ich kann ja den Rest nochmal hier abbauen. Hm. Nehmen wir mal den GIF Befehl und dann irgendwie netherite shovel ja dann Efficiency Vf und Haltbarkeit So Warte mal ist das hier gefühlt aufgeschüttet? Ne Okay, ich dachte schon Das wär's ja wenn sie ihn aufschütten und dann wieder abreißen Aber auf der anderen Seite hätte es auch die ganze Zeit aufgeschüttet gewesen sein können Also dass sie gar nicht vor hatten den abzureißen aber Naja das ist nun auch an den Haaren herbeigezogen Hm Ja ich weiß jetzt nicht ob wir weitere Schichten machen Mit abbauen Ich meine ich kann's probieren ne Aber das wird's ja jetzt auch nicht unbedingt bringen Mir fällt nur gerade keine andere Stelle in der Stadt ein Die noch wichtig wär Wir können noch mal draußen gucken wegen Dieser Steine da Also da gibt's bestimmt noch was in der Nähe Also da gibt's bestimmt noch was in der Nähe Naja gehen wir mal in Game Mode 0 Ne 1 So Also das ist ja relativ angeglichen hier Natürlich hier unten gell da kann man drüber streiten Hm 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 Ja Na solche Blöcke können ja erstmal weg so einzeln nur Das war's für heute. So. ok es gibt irgendwie wenig zu reden gerade und so sind schon bei 15 minuten hätte ich auch nicht unbedingt gedacht ja ich muss mal etwas einfallen lassen hier fürs projekt allgemein wo will ich vielleicht noch hin mit den letzten folgen oder der letzten folge die kommen soll und wie kann ich dann alles zusammenfassen denn zum beispiel was ich bis jetzt gemacht habe das ja noch nicht so viel ich glaube hier machen wir mal er da hinten einfach damit das so ein bisschen entspannter aussieht und nicht so gestresst oder wie nennt man das ich weiß es auch nicht jedenfalls das hochgesteckt hier das kann man weg vielleicht machen wir noch ein bisschen hier von dahin ob das jetzt hier was mit den steinen zu tun hat da drüben weiß ich nicht mit dem ganzen zeug ach so warte das kommt weg eigentlich hier unten das auch alles gell ist doch sinnlos also gut da wurde irgendwas dran gebaut aber trotzdem sollte man versuchen das irgendwie natürlich zu halten auch wenn natürlich erde dort vorkommt unter anderem in solchen haufen aber halt nicht so einzeln auch deswegen ich hole mal kurz was okay ja sorry für die unterbrechung ansonsten ich weiß auch noch nicht das meiste haben wir ja ich weiß auch noch nicht Lewis Hamilton Kann man ja mal so einwerfen Aber alter hier gell Die FPS sind so viel besser Das ist übel In der anderen Region Da kannst du ja überhaupt nichts mehr machen Die haben doch Übertrieben mit ihren Farmen Ich kann mir das nicht erklären Weißt du Guck mal wie flüssig das wieder geht Wenn das bei OBS dann auch so ist Dann ist ja hier Ein Hauptgewinn Ja gut Eigentlich sollte es ja Auch sonst gehen Aber mittlerweile freut man sich Ja Über sowas dann schon Nein Da ja Ja Dann ist ja hier Ja Dann ist ja hier Ja Dann ist ja hier Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hat sich ja alles schon irgendwie oft genug geändert Ah, das müsste die Stelle sein, die ich auch noch im Kopf habe, gell? Wenn wir jetzt hier hochgehen, da sollte doch dann mein Grundstück schon kommen fast Ja, genau Dann ist alles richtig Ja, zum Glück habe ich noch ein paar Streams vor mir oder Ja, ich muss auf jeden Fall gucken dann, wie ich die restlichen gestalte Äh, ganz so leicht wird's nicht, ne? Also, ich bin gespannt und Ja, ich hoffe, dass ich noch eine Lösung finde, wegen meiner Festplatte Äh, ich wollte eigentlich Daten da drauf ziehen von meinem Laptop, damit ich ja auch mal intern wieder mehr habe Aber, also, speicherfrei Aber, also, speicherfrei Aber, das wird wohl jetzt gar nichts, äh Vielleicht nehme ich meine andere erstmal wenigstens zum Aufnehmen Damit ich das noch hinkriege Und nicht verzichten muss Und dann können wir immer noch, äh, ja, mal gucken, wie es weitergeht Genau Aber, im Großen und Ganzen Bin ich erstmal raus Also, danke fürs Zusehen Und Genau, oder Ja, soll ich hier noch was machen? Also, mir fällt halt nichts mehr ein Ähm Ich guck nochmal kurz rum Hier ist ja eine Höhle Ja, doch Genau Warum auch immer, dass hier so komisch alles aussieht Ja, da kann nochmal was weg So, paar Details Hier sieht man ja auch direkt, äh Viel Da ist es also durchaus wichtig, dass auch alles stimmt Ähm Ja, was ist das eigentlich? Warum ist hier Schnee? Normal fällt ja hier keine Schnee Kann ich mir nicht vorstellen So, hier haben sie auch wieder geklaut Na schön Ja, die Treppe hier Da weiß ich auch nicht, ob die so notwendig ist Oder so schön Ich glaube, ich reiß die mal weg hier Weil die da eigentlich nicht hingehört Okay Ja, es sind halt wieder viele Kleinigkeiten Ich bräuchte noch eher so ein Größeres Projekt, weißt du Dass ich jetzt schon mal wüsste Okay, das war ich beim nächsten Mal Das verschöpft Aber das finde ich wohl so schnell nicht Naja, dann bin ich aber jetzt raus Also, ciao